Ich habe es gerade eben schon kurz erzählt, ich suche aktuell nach dem perfekten Sommerduft und das meine ich wirklich ernst, weil ich mir dieses Jahr nämlich gesagt habe, dass ich gerne einen Duft hätte, der mich an den Sommer diesen Jahres erinnert, weil ich glaube, dass der Sommer diesen Jahres sehr, sehr cool wird, natürlich auch wegen meinem eigenen Duft, der launcht, aber auch, weil ich recht viel machen werde und in den vergangenen Jahren habe ich auf Sommerdüfte nie so wirklich Wert gelegt, deshalb dachte ich mir, komm, wenn wir jetzt schon mal an diesem Punkt sind, habe ich mir gedacht, mach mal das einfach. Und das hat zur Folge, dass ich mir ein paar Düfte bestellt habe, unter anderem den Wulong Cha von Nishane, den ich heute trage und den Imagination von Louis Vuitton, den habe ich ja letztens schon mal vorgestellt, er ist, glaube ich, heute ist, glaube ich, das Video online gegangen, das hat bei euch sehr, sehr gut eingeschlagen, also die Leute lieben scheinbar Imagination und wollen davon auch einfach ganz, ganz viel sehen und wissen, das ist sehr cool. Ich sage euch aber ganz ehrlich und transparent, dass ich mir außerdem noch den Afternoon Swim und den On The Beach bestellt habe, einfach weil ich wissen wollte, welcher von den dreien mir am besten gefällt. Ich werde die nicht alle behalten, sondern ich werde auf jeden Fall zwei von den Louis wieder verkaufen, weil ich einen Sommerduft möchte und nicht drei, offensichtlich, aber ich dachte mir, komm, dann machst du das mal. Der Resell-Wert davon ist ja auch ganz in Ordnung, muss man sagen und die Leute sind halt so verrückt danach, also warum nicht, ne? Aber zwei Düfte, die sich auf jeden Fall ähnlich sind, sage ich jetzt mal und häufig auch miteinander verglichen werden, ist eben der Nishane und der Imagination von Louis Vuitton, also der Wulong Cha, weil sie beide nämlich eine T-Note haben und mit einem frischen Citrus-Ding anfangen. Und deshalb dachte ich mir, hey, weißt du was, dann vergleichen wir das doch einfach mal und dann sage ich euch einfach, welcher von beiden für mich besser passt und welchen ich in welcher Situation, sage ich jetzt mal, tragen würde. Und ich möchte anfangen mit dem Imagination, weil der für mich wirklich die super sanfte, umhüllende, geile Sommergeschichte ist. Natürlich auch vom Flakon her einfach finde ich unfassbar schön und das hier ist ein Eau de Parfum, also Eau de Parfum Konzentration und der Nishane Duft ist übrigens ein Extrait de Parfum, also höher konzentriert, höchstwahrscheinlich. Gut, und der Imagination, da finde ich eben toll, also klar, du hast bei beiden diesen schwarzen Tee und diese frische Note, aber der hat einfach noch so ein bisschen, ich weiß nicht, was das im Kopf ist, was hier noch drin ist, aber ich glaube Orange ist da noch, also es ist ein bisschen runder und ein bisschen saftiger noch. Also du hast nicht nur diese super scharfe, klosteinähnliche Citrus-Note von Bergamot oder Niroli, sondern du hast außerdem noch so eine Orange, die das Ganze etwas wie bei Orangensaft eben ein bisschen runder macht. Das finde ich sehr, sehr schön und der Tee kommt tatsächlich bei dem Imagination erst so ein bisschen im Drydown durch. Also klar, du hast von Anfang an ein bisschen eine herbe Tee-Note, die da auf jeden Fall spürbar ist, wenn man weiß, worauf man achten muss. Also es ist nicht nur Citrus, aber du hast einfach erstmal so diesen Orangen-Kick, was ich unfassbar geil finde, wenn man sich den morgens aufsprüht, weil es einfach die Erfrischung schlechthin ist. Finde ich sehr schön. Genau, der hat ein bisschen was Seifiges, definitiv. Also ist so der sanfte und gehobene und sophisticated Louis Vuitton Sommerduft. Ist die Performance beim Louis Vuitton für einen Sommerfreshy okay? Ich muss sagen, auf meiner Haut tatsächlich nicht. Also auf meiner Haut, ich habe glaube ich auch einfach, ich weiß nicht, ob ich zu wenig davon benutzt habe. Ich muss ihn auf jeden Fall auch nochmal ausführlich testen. Aber auf meiner Haut war die Performance, war schon okay am Anfang, aber das ging relativ schnell auch wieder zurück. Also was die Leute da auf Parfumo schreiben, von wegen Bewertungen, 8, irgendwas bei Performance, finde ich ein bisschen optimistisch und war auf meiner Haut bis jetzt nicht 100% so. Was aber anders ist bei dem Nischane-Duft, denn der hat für mich länger gehalten. Jetzt sehe ich hier die Frage, wie viel Sprüher benutzt du bei Freshies? Auf jeden Fall viel, viel mehr als bei normalen Düften oder bei Nicht-Freshies. Hier habe ich so 12, 15 Sprühstöße verwendet. Also wirklich einmal komplett eingeseift, aus dem Grund, dass die meisten einfach nicht so lange halten. Okay, aber Wulong Cha deutlich höher konzentriert, deutlich stärker und das finde ich eben auch in der Duft-DNA. Also hier, der Duft startet viel grüner, viel teelastiger, viel schärfer, dass ich mir heute sogar dachte, ich habe den heute getragen, hast du es vielleicht ein bisschen übertrieben? Also hast du es ein bisschen übertrieben mit den Sprühern, weil das war schon arg, so die Klostein-Vibes fast. Weil der so trocken, würzig, zitrisch, scharf losgeht. Das ist wirklich komplett verschieden. Also obwohl die Düfte beide Tee haben und beide Citrus, ist der hier super sanft und smooth und der Nischane Wulong Cha ist deutlich schärfer und hat halt wirklich so diesen Punch am Anfang. Es ist leider keine so natürliche Citrusnote wie zum Beispiel bei dem Serge of Nio, was aber auch nochmal eine komplett andere Preisklasse ist. Deshalb, finde ich, ist der Vergleich an dieser Stelle auch nicht 100% da. Aber ich wollte es an dieser Stelle nur sagen, dass es ein bisschen so eine Schärfe hat, der Wulong Cha. Aber trotzdem ein richtig geiler Duft, weil er nämlich eine super Haltbarkeit hat. Und das ist wieder der Vorteil. Das heißt, du kannst den auf jeden Fall anwenden im Sommer und der ist nicht nach drei, vier Stunden schon weg, sondern hält seine gewisse Zeit, was ich super positiv finde. Und ja, das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen, weil das nicht häufig vorkommt, dass frische Düfte extrem lange halten. Aber er hat eben diese Orangennote nicht, er hat dieses Runde nicht, dieses Sanfte, sondern der ist ein bisschen mehr so auf die Nase. Und man muss einfach wissen, was einem besser gefällt. Ich finde, beide Düfte haben ihre Daseinsberechtigung, beide Düfte sind schöne Sommerdüfte, sind jetzt aber natürlich von diesem Hochwertigkeitslevel her nicht auf einem Nio oder einem Kobe. Weil die, finde ich, da riechst du echt, die riechen nochmal deutlich hochwertiger. Auch wenn sie beide, finde ich, nicht so lange halten, wie jetzt diese beiden hier, beziehungsweise der Nischane-Duft. Das wäre auf jeden Fall so der Vergleich. Ich glaube, das ist etwas, was einem hilft, das Ganze einzuordnen. Weil ja, man muss halt wissen, ob man dieses super seifig Sanfte will oder dieses Stärke.